So, hallo Leute und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Aufnahme. Ich muss mich jetzt eben schnell beeilen, weil ihr kennt doch sicherlich noch den Fischi gestern aus meinem Video. Und ich gebe mich jetzt als die kleine Schwester von mir quasi aus. Das heißt, wir verarschen ihn heute mal. So, gehen wir mal unten in seinen Channel rein. Wir starten jetzt gleich mal in Crawford, by the way. So, da bin ich wieder. Ah ja, jetzt funktioniert's so, hier unten ist der Channel. So, geht wieder. Bei mir ist das gar nicht, dass ich irgendwie den Channel sehe. Das ist weg. Komisch. Ich habe jetzt meine Skin ausgewählt, sorry für das Rauschen im Hintergrund von meinem Mikrofon. Das ist, äh, mein Bruder hat nur so ein Billo-Mic. Wenn du ihn kennst, dann solltest du das wahrscheinlich schon mal gehört haben. Ich stelle das hier mal passend hin. So, so ist schön. Minecraft. Mann, was hat der für eine Schrott? Wie lange spielt der für Minecraft? Also, ähm, ich spiele es jetzt seit zwei Jahren. Ja, halt seit vier oder fünf, keine Ahnung, weiß ich jetzt gerade nicht. Ist mir auch relativ egal. Minecraft, äh, damals auf meinen alten PC gespielt und dann habe ich, der alte PC ist kaputt gegangen. Weil ein Freund von mir ist, weil ich da ausgerastet habe, den, äh, in den Monitor eingeschlagen, ähm, mein. Und dann hat er gegen meinen Tower getreten und dann war er kaputt. Das ist nicht schön. Denn, dann hat er mir das Geld erst, äh, wiedergegeben. Ähm, nach, weiß nicht, ein Jahr oder so hat er mir das erst gegeben und dann, ist halt so, dann, jetzt habe ich nur noch einen Laptop. Weil man hilft, ich hole mir bald einen PC, einen Gaming-PC, aber ist gerade nicht so mit dem Geld. Nee, ich würde dir, ich würde dir nicht einen Laptop empfehlen. Bleib lieber beim PC, weil beim Laptop, das ist so scheiße mit der Tastatur halt. Und du bezahlst dann unnötig Geld dafür, dass du auch die ganze Zeit irgendwie an der Steckdose lassen musst. Ja. Warte mal, ich mute mich mal kurz. Also, Leute, ich, äh, mach mal eben schnell das Plugin an. Ähm, hier, hier, Voice. Beziehungsweise, ähm, und dann werdet ihr jetzt mal sehen, dass ich den Stimmverzerrer drin habe. So, dann bin ich wieder hier. So. Minecraft chartet sich. Yay, Multiplayer. So. Blockbude. Ich weiß gar nicht jetzt, ob er schon einen Plot hat oder nicht. Also, das... Ja, er hat den Plot, aber das Club war der irgendwie an seine Zuschauer verlosen. Du weißt, dass er einen YouTube-Kanal hat, oder? Ja, aber so wie halt wie ich weiß, hat er sich das wieder geclaimed. Also, dieses Alte da. Weil ich war ja, wie gesagt, hier vor ein paar Stunden auch noch auf, äh, auf dem TS drauf und ebenfalls auf Blockbude und, äh, ja. So, yay, 1.12.2. Mal sehen, ob Destroys drauf ist. Ah. Wo bin ich denn hier? Ah, ich bin am Spawn. Oder? Nee. Hätte sich jetzt irgend so ein anderer Spastestplot gegönnt. Hallo, kaffee bitte! Nicht du. Hier ist gerade irgend so ein Spieler, der... Ich hab aus Versehen mein Ding gedroppt. Welches Ding? Äh, mein Schwert hab ich gedroppt. Mein Diaschwert. Alles klar. Ich geh mal kurz zu meinem Plot, ne? Äh, ja, Tatsache, er hat sich dieses alte Plot wieder geclaimed. Ähm, ich hoffe, das ist jetzt nicht schlimm für dich. Äh, wenn wir dann hier rauf bauen. Ich glaub, das erlaubt der auch. Ich hab ja gestern das Video von ihm gesehen. Also sollte das ja auch kein Problem sein. Ja, der war eigentlich bei mir, aber der ist natürlich weggegangen. Frag mich bitte jetzt nicht, warum. Ich bin nur seine Schwester. Ja, deswegen, der ist ja vielleicht auf dem Team-Stick gewartet, dass er online kommt und da hab ich dich angetrieben. Hm. Naja. Äh, ich bau gerade, by the way, hier schon ein bisschen an dem neuen Plot weiter. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich hoffe, der wird mich jetzt nicht umbringen, aber ja. Er kann sich ja dann ein neues kaufen. Das ist ja nicht mein Problem. Wenn er mir seinen PC überlassen, muss er mit den Folgen rechnen. Bist du gut im PvP? Nein, nicht wirklich. Aber du kennst alle Sachen, die man in Minecraft macht, oder? Ja. Wenn ich das spüche. Du weißt, ob da ist dein Bruder und manche Hexe nutzt. Er benutzt keine Hexe. Er hat Mods drin, ja. Ja, ähm, hier. X-Ray, da kann man jeden Block sehen. Äh, nicht jeden Block. Die Erze zum Beispiel. Also das kann man selbst einstellen. Das ist eine Mod und Mods sind legal. Solange wie es kein Hack ist. So. Weil ich seh, ich kann jede Erze sehen. Und deswegen hab ich gestern richtig viel gefahren. Mich hat ge... Aber wenn mich in Supporter... Weil ihm... Eigentlich darf man so normal keine Dings benutzen. Hier keine Mods auch auf die... Hallo. Man darf eigentlich auf diesem Server auch keine Mods benutzen, aber das ist halt so. Wo steht denn das? Naja, scheißegal. Das ist ne Regeln. Oh, Teddybärkopf. Yeah. Der sieht cute aus. Und Bier. Ja, wer kennt's nicht, ne? Einig schönes. Wer ist denn Teddybärkopf an? Äh, muss nicht unbedingt sein. Ich hab eh das leider von einmal hier in Teddy. Bin ich so gärig. Oh, Teddy. Aber du musst mir nicht unbedingt geben, wenn du nicht willst. Ich zwinge dich nicht. Ich zwinge dich nicht. Ich werde eh kostenlos, wenn ich auch kostenlos bekomme. Oh, danke. Yay. Teddybären. Äh, ich weiß jetzt nicht. Ich möchte nur ungern das Plot nehmen, weil sonst bringt der mich wahrscheinlich um. Ja, der war mal auf dem Plot. Aber das ist so, dass man kann drei Plots haben, aber da muss man halt 50.000. Ja, ich weiß. Ich bin ja, ich spiele seit gestern ja hier drauf. Beziehungsweise ich hab, ich hab gestern meinen Bruder mal über die Scholte geguckt. Wenn ich so hoch. Äh, weißt du, wie man gut baut? Ja. Jetzt sind wir leicht mal einen Shop hier unten einrichten. Ja, klar. Wie gut, was brauchst du alle? Kommt drauf an, also ich kann mir die Rohstoffe eigentlich selbst besorgen. Oh, ich hab grad, ich hab grad irgendwas komisches gemacht. Alles klar, warte, ich geh mal kurz eben schnell auf meinem Plot, äh, beziehungsweise auf das meines Bruders, um die Tore zu placen. So, yeah. Oh, nee, morgen wieder Mathe. Welcher Klasse hast du? Momentan vierte. Noch, noch vierte. Ja, ich fühle mich vierte, aber du bist ein bisschen älter an. Nicht jetzt? Lol. Hör doch mal meine Stimme an. Du hörst dich jünger an und ich hör mich älter an. Nein, nein, ich bin vierte. Aber gute Noten, ja. Aber unsere Mathelehrerin ist echt die Hölle. Frau Malayan. Ja, die heißt echt so. Weißt du, wie bei uns einer heißt? Bei uns heißt wirklich ein Mann der Pümmelbär. Wird der nicht gemobbt? Ja, ist wirklich so. Weil die Mutter heißt Frau, äh, die, äh, die Mutter von ihr heißt Frau Pümmelbär. Ich weiß nicht, wer den Namen ausgedacht hat, aber... Oh mein Gott, alter, der ist doch, der ist doch, äh, der ist doch depressed for life, Mann. Äh. Oh mein Gott. Äh, ich hab gesehen, weil ich hab, äh, fast wieder anguckt, die kommt aus München. Das hab ich gesehen, weil der hat den Standort, das sollte man lieber nicht machen. Nein, nein, nein. Der hat ja nur die, der hat ja nur die Stadt geschrieben. Wir wohnen ja auch in München, deswegen. Wir wurden hier auch geboren. Ich wohne an Berlin dran. Echte Deutsche. Hm, Berlin, ich war einmal in Berlin, also ist jetzt nicht sonderlich schön. Die beiden von euch entfernt? Das müsste ich jetzt nachgucken, aber auf jeden Fall bis nach Sachsen-Anhalt sind es 500 Kilometer. Ich schätze jetzt 700, 800 Kilometer. Also 8 Stunden. Das wären uns 8 Stunden, das wären, nee, das sind, das sind, das sind, glaube ich, wenn man schnell ist, 5 Stunden mehr. Na, 5 Stunden, das sind 500 Kilometer. Ich bin ja öfters mal nach Sachsen-Anhalt gefahren, weil hier meine Großeltern wurden. Oh mein Gott, Leute, das klappt so gut. Oh mein Gott, Leute, das klappt so gut. Yeah. Das war alles klar. Gut, ähm, dann hier mein Holz. So, warte, ich mach mir eben schnell, ähm, ne Axt. So, dann kann ich nämlich auch ein bisschen was bei dir abbauen. Geh. Da, einer weiter. So, Smash B, H, äh, Le, Fischi heißt du, ja gut, ich kann nicht tabben. Ich hab auf YouTube genau sieben Abonnenten, herz' dein Bruder. Oh, Leute, der wird sich freuen. Der war schon, wir haben's schon seit 2 Tagen heute. Beide mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz mein Handy anschließen, sonst gleich alle. Und dort sehen sie das kleine Le, Fischi, 1, 2, 3. Und ich summe mit Optifine ran, damit es aussieht. Als ob das legit wäre. Was? Das Le, Fischi ist jetzt auf der Suche nach Erzen. Das heißt, es wird jetzt irgendwo hinspringen. Hi. Ich bin, ich bin hier. Äh, wolltest du nicht, dass ich, äh, da unten einen Shop weiterbaue oder Keller oder was auch immer? Mit ne Axt kommst du nicht weiter, oder? Doch. Oh. Nein, das soll ein Shop an, ähm. Kannst du den irgendwie in der Art wie so ein Dschungelthema machen oder so? Wie ein was? Äh, Dschungelthema. Kannst du Dschungelthema oder? Ist egal, aber einfach wie du, äh, machst du, okay? Alles klar. Nein, ich bin, ich bin, ich bin keine Lola. Ja, ich guck auch Desi Videos. Äh, Desis Videos. Ich bin keine Lola. Ich mach mich jetzt nicht an dich ran. So. Äh, ich bräuchte eventuell Rechte. Ja, äh, ich hab grad gar nicht auf, äh, Dinge geguckt. Auf dem Bildschirm. Äh. Äh, Mann, was sind das für eine, für eine Kacktieger? Ja, fängt hier auf meine Hand rum. Jetzt stell dir mal, äh, zufraun, wie ich, dass ich deinen Namen sehe. Äh, Videos, na, nicht Videos, Videos. Du kannst mich einfach tippen, mehr nicht. Ja, ich weiß, was ich tippen kann, ich den Namen aufbauen. Kann man Leute dann wieder von Kaut runternehmen? Äh, ich glaub, slash p untrust. Also, ich weiß jetzt grad gar nicht. Ich weiß nur die Griefer Games Befehle noch. Ja, okay. Geht? Äh, muss man kurz was probieren. Jo, funktioniert, danke. Ähm, hast du noch ein paar von diesen, äh, Slaps da? Ähm, ja, warte. Oh, ein Spaghetti-Teller, cool. Ich muss grad brennen. Oh. Äh, sorry, sorry, sorry. Ich hab das, ich hab da, ich hab den, ich hab den Spaghetti-Teller aus Versehen abgebaut. Ich hab vergessen, dass ich hier rechte habe. Spaghetti-Teller. Wow, in den... Ja, da, komm mit, komm mit, komm mit. Du bist da, äh, hinten in der Küste. Nicht vorne. Leute, du hast, du hast da diese, du hast da diese Neta-Teile da, äh, Neta. Endteile, die ist da auch auf diesen... Ach, scheiße, ich bin jetzt. Ja. So. Je. Alles klar, warte mal ganz kurz. Ja, hab ich, hab ich... Hä? Ja, ich hab ich. Warte, warte, ich hab, ich, ich... Warte, ja, TeamSpeak mal groß machen, so. Lilly. Oh, nee, ich hab schon wieder Paketverlust. Ja, das ist, ich hab das auch. Äh, gut, der geht down momentan. Vielleicht mach ich TeamSpeak einfach mal ein Stück kleiner. Vielleicht dürfte das ja was. Geh, geh mal ganz kurz auf TeamSpeak, außer ich hab da rein, bitte. Warte, warte. Oh, es geht wieder down, also ich hab momentan hier ein paar, paar Lacks. Aber das ist nur, wenn ich auf dem TeamSpeak hier bin, ich glaub, ich glaub, das war bei deinem Bruder auch so. Das ist jetzt gerade geil. Bei deinem Bruder, bei meinem Bruder bin ich behindert. Ja, eindeutig. Jetzt funktioniert's wieder, oder? Äh, ja, jetzt geht's. So ein bisschen. Ah, hier sind die, ich, ich nehme immer die Slaps, ne? Ich glaube immer, die machen. Ich finde, aber leider kann man nicht den Ofen ein bisschen schneller machen. Hm, das find ich auch schade. Das ist, das ist zum Beispiel auf Griefer Games so. Dass man das machen kann. Äh, guck mal über dich, da ist auch noch ein Hütz. Höchstlich, ja, ihr habt's noch. Aber ich, aber den Erdblock, ich weiß auch nicht, ob man direkt oben an der Decke rauskommt. Hm. Willst du nicht lieber Treppen hinbauen? Das wär doch effektiver. Ja, aber Treppen mag ich eigentlich. Ich möchte eigentlich so ne, wie ich das schon gebaut hab. So was, so ne Slap-Dinger. Ja, aber mit Treppen, ja, gut, so wie du's magst, da. Mit Treppen kommt man halt viel schneller runter, verstehst. Äh, der Shop soll eh ein bisschen tiefer liegen. Also, ja, ab irgendeinem bestimmten Summen können wir auch mit Treppen runterbauen. Ähm, na, passt schon so. Wenn du das jetzt schon so gebaut hast, dann will ich das jetzt hier nicht zerstören. Ey, das ist grad nervig drum. Ich weiß, dass es da oben direkt zu meinem Haus geht, aber ich hab ne andere Idee. Ich pack da auch einfach Plätze. Ja, das ist eh bei meiner Tappe. Alles klar. Äh, hallo Haus, hallo, 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 ich spring hier, hallo. Ne. Wo denn? Hier. Ah, wo du's noch mit, oder? Hallo, 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 hallo. Na, warte ganz kurz. Mann, bei mir ist... Ich feuer keine Polizei, ich weiß nicht, ob ich einen Einlass da. Ich mach grad hier, Dö, da, da. Okay. So. Das war weg. Ähm, by the way, kann ich, kann ich mal ein Screen mit dir machen? So von wegen, ich hab mit dir gespielt. Hm, warte. Nee, nicht Koordinaten. Oh, nein, auch nicht X-Ray. Erstmal, ja. Erstmal die Erzüge ausdecken. Soll ich mir mal zeigen, warte? Ganz kurz, noch kein Screen machen, bitte. Ich will nur mal was zu sagen. Soll es genau passen? Warte, ich muss erstmal, ich muss... Guck mal. Hä, lol, lol, war das einfach... Hä, was ist das? Hä, wie kannst du das wegmachen? Das ist einfach mein Sinn. Ja, guck mal. So bin ich schlecht gelaunt. Los, komm, das jetzt ein Screen machen. Ja, aber ich muss ganz, ganz kurz das Ding. Alles an, muss ich machen. Verändert sich irgendwo auf? Äh, was sagst du? Nee. Alles klar, gut. Äh, bist du bereit? Guck mal hier, meine Hand. Schön. Okay, warte. So, ich hab... So. Jetzt öffne mir mal eben schnell Paint. Gut, äh, ja, Einfügung, so, so, schön, ja. Speichern. Ich nehm mich auch ein Bildler. So, ähm... Ey, das ist jetzt komischer. Ich muss mal ganz kurz wieder meine Hand ändern. Ich warte jetzt gerade auf links und links bin ich einfach nicht gewöhnt. So, dann machen wir mal... Dann gehen wir mal eben schnell aus dem Game-Mode raus. Gut, und, äh, vielleicht auch meine Sache wieder. Hallo! Ey, das gefällt mir hier oben einfach nicht, was ich hier gebaut hab. Weil so hässlich aussieht. Naja, also es geht, ich würd... Willst du nicht hier noch was davor setzen, irgendwie? Ja, du meinst hier oben? Ja, so, so kann man das auch machen. Ist doch dein Plot, schreibt Chibi Lena. Ja. Hier kannst du schon den Raum anfangen, okay? Äh, ja, okay, klar. Mach ich. Ich überlege gerade. Meine Mutter ruft vorne mal. So, Leute. Wenn ihr wollt, dass ich das auflöse, dann gebt mir auf das Video 10 Likes, ja? 10 Likes. Dann werde ich das im nächsten Video auflösen. So, sorry, dass jetzt die letzten Videos, äh, Minecraft-Videos waren. Aber ich verspreche euch, es werden auch andere Videos kommen. Mal wieder Horror Games oder Minecraft, äh, Minecraft sag ich schon. Oder ETS, Roblox, was das Internet so hergibt. Hauptsächlich Horror Games. Das war's dann und, ähm, ciao. Äh, ja, ciao. Äh, ja, ciao.